Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es endlich mal wieder um einen Täubling und zwar einen meiner Lieblingstäublinge aus meiner Lieblingstäublingssektion, den Graustiel-Täublingen und zwar den orange-roten Graustiel-Täubling. Wo und wann man die Art finden kann, wie es mit dem Speisewert und der Verwendbarkeit, den typischen Verwechslungspartnern und natürlich auch einer genauen Beschreibung aussieht, das erfahrt ihr in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Der orange-rote Graustiel-Täubling ist ein Symbiose-Pilz, den man in Nadel- und Nadelmischwäldern finden kann. Der bevorzugte Symbiose-Partner ist sicherlich die Kiefer, aber auch bei Fichte und Tanne kann die Art gefunden werden. Der orange-rote Graustiel-Täubling ist vor allem in höheren Lagen zu finden und fehlt im Flachland leider oft komplett. Finden kann man den orange-roten Graustiel-Täubling insgesamt vom Sommer bis in den Herbst hinein. Hauptsaison sollte die Art vor allem im Oktober und teilweise auch noch Anfang November haben. Alle unsere bisherigen Funde der Art sind im Zeitraum Oktober bis Anfang November gelungen. Wie der gelbe Graustiel-Täubling erscheint auch der orange-rote Graustiel-Täubling gerne in Torf bzw. vor allem in Hochmooren. Eines unserer liebsten Hochmoorhabitate wird dabei von einer Straße in einen Nord- und einen Südteil unterteilt. Das Interessante ist jetzt, obwohl das Habitat vom Baumbestand in beiden Teilen des Hochmoores nahezu identisch ausfallen sollte, finden wir im Nordteil bei Birken regelmäßig und in größeren Mengen den gelben Graustiel-Täubling, während es im Südteil des Hochmoores mit mehreren Funden des orange-roten Graustiel-Täublings bei Kiefer geklappt hat. Wie sieht es denn mit dem Speisewert aus? Der orange-rote Graustiel-Täubling ist wirklich ein wunderbarer Speisepilz mit einem sehr, sehr angenehmen, aromatischen, aber doch milden Geschmack. Durch sein festes Fleisch und die Größe ist die Art außerdem sehr ergiebig und durch das auffällige Röten und später Schwärzen bei Verletzung sind Graustiel-Täublinge im Vergleich zu vielen anderen, besonders orange-roten und roten Täublingen, vergleichsweise leicht zu bestimmen. Wie immer sollte man darauf achten, auch sehr gute Speisepilze wie den orange-roten Graustiel-Täubling nur bei größeren Vorkommen für Speisezwecke zu sammeln. Bleibt es in eurer Region bei Einzelfunden der Art, dann sollten die gefundenen Fruchtkörper lieber im Habitat verbleiben. Was genau hat es denn jetzt mit diesen Graustiel-Täublingen auf sich? Graustiel-Täublinge lassen sich durch das Röten und später Grauen bzw. Schwärzen bei Verletzung sehr einfach der Sektion der Graustiel-Täublinge zuordnen. Da alle Graustiel-Täublinge als essbar und teilweise auch gute Speisepilze beschrieben werden, ist das Einritzen der Stielrinde und das Beobachten der Farbveränderung eine sehr gute Methode, um die sonst obligatorische Geschmacksprobe bei Täublingen zu umgehen. Vor allem in einem Fuchsbandwurm-Risikogebiet ist das ein nicht zu vernachlässigender Vorteil aller Graustiel-Täublinge. Bei Verdacht auf einen Fund aus der Sektion der Graustiel-Täublinge sollte man also immer versuchen, die Stielrinde mit dem Pilzmesser oder vielleicht auch dem Fingernagel zu verletzen bzw. etwas einzuritzen. Handelt es sich um eine Täublingsart aus der Sektion der Graustiel-Täublinge, dann sollte sich die Stielrinde an der verletzten Stelle nach ca. 10-20 Minuten orange-rötlich bis rötlich verfärben. Nach spätestens so 1-2 Stunden sollte diese orange-rötliche bis rötliche Verfärbung in eine gräuliche bis grau-schwärzliche Verfärbung übergehen. Wie sieht der orange-rote Graustiel-Täubling denn eigentlich aus? Woran kann man die Art erkennen? Der orange-rote Graustiel-Täubling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 12 cm. Die Hudoberseite ist gelb-orange bis rot-orange gefärbt und kann farblich zumindest auf den ersten Blick durchaus auch an eine etwas zu hell geratene Kiefernrotkappe erinnern. Auf der Hutunterseite befinden sich beim orange-roten Graustiel-Täubling weißlich bis grün-gelblich gefärbte Lamellen. Die Lamellen verfärben sich bei Verletzungen zunächst rötlich und nach einiger Zeit gräulich bis schwarzgräulich. Die einzelnen Lamellen schneiden sind weiß-gelblich gefärbt. Das Sporenpulver ist cremebräunlich gefärbt. Der Stiel des orange-roten Graustiel-Täublings erreicht eine Länge von bis zu 12 cm und einen Durchmesser von bis zu 3 cm. Der Stiel ist dick und sehr fest. Wie die Lamellen verfärbt sich auch der Stiel bei Verletzungen zunächst rötlich und später gräulich bis grauschwärzlich. Das Fleisch des orange-roten Graustiel-Täublings ist weißlich gefärbt und sehr fest. Auch das Fleisch verfärbt sich bei Verletzungen zunächst rötlich und später gräulich bis grauschwärzlich. Die Art besitzt keinen besonderen Geruch und einen milden bis zu einem ganz schwach pfeffrig-scharfen Geschmack. Kommen wir nun zu den chemischen Reaktionen. Mit Guayac verfärbt sich die Stielrinde der orange-roten Graustiel-Täublinge zu einem intensiven Blau-Grün. Mit Eisensulfat verfärbt sich die Stielrinde zu einem eher dezenten, hellen Rosa-Grau. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Typischerweise verwechselt wird der orange-rote Graustiel-Täubling mit anderen Graustiel-Täublingen. Aber auch sonst gibt es die ein oder andere sehr ähnlich gefärbte Täublingsart. Der gelbe Graustiel-Täubling besitzt nicht nur sehr ähnliche Habitatsansprüche, ist nicht nur ebenfalls ein Graustiel-Täubling mit identischem Verhalten bei Verletzung, sondern bildet auch bis auf die Hutfarbe sehr ähnliche Fruchtkörper aus. Zu den Unterschieden werden zwar durchaus beide Graustiel-Täublinge gerne in Hochmooren erscheinen, erscheint der gelbe Graustiel-Täubling gern bei jungen Birken, der orange-rote Graustiel-Täubling aber vor allem bei Kiefer bzw. generell Nadelholz. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei der Hutfarbe. Der orange-rote Graustiel-Täubling kann zwar durchaus auch mal relativ helle, gelb-orange Hutfarben besitzen, allerdings fällt die Hutfarbe dabei nie so satt und leuchtend gelblich aus wie beim gelben Graustiel-Täubling. Vor allem auf den ersten Blick ähnlich ausfallen kann auch der Apfel-Täubling. Auch die Habitatsansprüche, gerne feuchte, saure, mohrige Böden und der bevorzugte Symbiose-Partner, die Kiefer, sind nahezu identisch. Zu den Unterschieden, der Apfel-Täubling ist kein Graustiel-Täubling und rötet bzw. schwärzt bei Verletzung also nicht. Charakteristisch sind beim Apfel-Täubling außerdem das rote Hutfleisch unter der Huthaut, die am Hutrand gerne rötlich überhauchten Lamellen schneiden, der auch ohne Wurmstichigkeit sehr weiche, hohle Stiel im Alter und die erst scharfe und dann doch milde Geschmacksprobe. Alles Merkmale, die der orange-rote Graustiel-Täubling so nicht besitzt. Wie immer in der großen und teilweise auch sehr schwierigen Gattung der Täublinge gibt es dann noch eine ganze Reihe an zumindest teilweise ähnlich gefärbten und ähnlich großen Arten wie zum Beispiel den Orange-Täubling, den Ocker-Gelben-Täubling, den Wiesel-Täubling oder auch weitere Täublingsarten mit orangen bis orange-bräunlichen Hutfarben. Insgesamt dürfte es sicher um oder über 20 zumindest teilweise ähnlich gefärbte Arten geben, weshalb das Prüfen auf das Verhalten bei Verletzung eine sehr sehr gute und mit die zuverlässigste Methode sein sollte, um den orange-roten Graustiel-Täubling sicher von anderen Täublingsarten abzugrenzen. Soviel also zum orange-roten Graustiel-Täubling. Habt ihr denn den orange-roten Graustiel-Täubling schon finden können? In welchem Habitat habt ihr die Art gefunden? Wir hatten nämlich tatsächlich auch mal einen Fund außerhalb von dem Moorgebiet. Ja und da würde es mich natürlich interessieren, findet ihr den orange-roten Graustiel-Täubling auch eher in Mooren bzw. Hochmooren oder vielleicht sogar mal außerhalb? Wie sieht es bei euch mit dem gelben Graustiel-Täubling oder auch dem weinroten Graustiel-Täubling aus? Habt ihr diese Arten schon finden können? Wenn ja, wo? Wann? In welchem Habitat? Wie immer freue ich mich da über jede Info zur heute vorgestellten Art bzw. zur Sektion der Graustiel-Täublinge. Ansonsten hoffe ich mal, dass euch dieses Pilzporträt gefallen hat und euch hilft, die Graustiel-Täublinge und den orange-roten Graustiel-Täubling im Besonderen in Zukunft zu erkennen. Falls es bei euch noch nicht mit einem Erstfund der Art oder mit einer Art aus der Sektion geklappt hat, meine Daumen sind natürlich wie immer gedrückt. Ja, zum Abschluss würde ich mich jetzt noch über einen Kommentar, ein Abo und vielleicht sogar auch noch einen Daumen hoch freuen und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann! Ja, zum Abschluss! Untertitelung des ZDF, 2020